Hallo, dann will ich noch mal kurz erklären, warum ihr hier reinkommen sollt. Wir sind die Schlafzimmerei aus Hannover Döhren, ein Bettenfachgeschäft, aber etwas anders als andere Bettenfachgeschäfte. Wir bieten auf jeden Fall einen guten Service, wir lassen hier keinen alleine von euch, weil euer Schlaf und euer Wohlbefinden steht bei uns an erster Stelle und nicht irgendwie ein hoher Umsatz oder eine hohe Marge an irgendwelchen Produkten. Wir sind ganz transparent. Jede Matratze, die wir hier verkaufen, findet ihr zum gleichen Preis auch im Internet. Wir verscherbeln hier kein überteuertes Zeug. Wir stehen dafür gerade, was wir machen. Das heißt, wir verstehen unser Handwerk. Wenn ihr bei uns etwas kauft und ihr könnt nicht schlafen, haben wir zig Möglichkeiten, daran etwas zu ändern, über Lattenrost, anderen Matratzenkernen, was auch immer. Sowas kommt vor. Deswegen haben auch viele Angst davor, in ein Bettenfachgeschäft zu gehen. Oh, das ist so teuer. Das muss nicht so sein. Also wir haben schon gute Schlafsysteme, absolut zum Internetpreis hier. Das geht. Wir arbeiten nur mit Herstellern zusammen, die ihre Leute vernünftig bezahlen. Also unsere Matratzen kommen aus Deutschland und die Leute, die Matratzen bauen, die haben da richtig Bock drauf. Die liegen auch nicht rum, die werden erst gebaut, wenn ihr sie haben wollt. Wir bringen das zu euch. Wir stellen euch das ein. Wenn ihr ein Kissen ausleihen wollt, das machen wir gerne, weil Service, Topperausleihe, Kissenausleihe, Matratzenkerntausch, Matratzen übers Wochenende ausprobieren, all das könnt ihr bei uns machen. Wir beraten euch kostenlos und unverbindlich zu den Produkten. Wir versuchen euch nicht das Teuerste anzudrehen. Unsere Produkte sind alle sauber und stinken nicht. Also unsere Matratzen, die Kaltschäume luften vorher aus. Ihr könnt die Matratze sofort beschlafen. Die Bezüge sind schadstofffrei. Babyklasse 1 und das sind sie auch wirklich. Wir haben hier kein Permethrin oder irgendwelche Sachen drin. Wir verkaufen hier keinen Schrott, sondern nur Qualität, damit ihr gut schlafen könnt und damit ihr die nächsten 10-12 Jahre auf eurem Bett richtig zufrieden seid, egal welche körperlichen Probleme ihr habt. Das ist das, was wir hier gerne machen und das, was wir richtig gut machen auf jeden Fall. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann tauschen wir es so lange aus und wir basteln so lange darum, bis ihr schlafen könnt, weil das ist das, was wir hier wollen. Nachhaltigkeit, Service, Dienstleistungen und das alles zum fairen und transparenten Preis. Das alles gibt es in der Schlafzimmerei. Also Bettenfachgeschäft geht auch anders. Bis bald. Also Bettenfachgeschäft geht auch anders. Untertitelung des ZDF, 2020